Freiheit ist wie ein Kuchen. Man kann ihn essen oder behalten, aber beides geht nicht. Isst man den Kuchen, kostet man seine Freiheit also voll aus, verschwindet sie und man muss sich neue Freiheit beschaffen. Behält man dagegen die Freiheit, kann man sie nicht auskosten. Dann hat man Freiheit, aber es nutzt einen nicht. Soll es, wenn man sie nicht auskosten, kann man sie nicht auskosten.